So, hallo, hier ist Alex. Jenny ist auch hier. Ich habe sie noch nicht umgebracht, nein. Der wird jetzt immer noch toll. Wir bringen jetzt dann heiß Schokolade, die Jenny da gerade in die Tassen füllt. Du kannst die Kamera auch umdrehen, gell? Ja, ja, ich weiß, aber das ist irgendwie so, irgendwie jetzt leichter, weil, I don't know. Leute, ich möchte nur anmerken, schaut euch nochmal meine Vlogs an und schaut euch den Blog von Alex an und dann ist klar, wer hier die Kameraführung machen sollte. Ja, das wird sich auch nicht ändern. Gut, es ist aber auch schon halb eins in der Nacht, also von dem her. Ich habe wohl den Late-Night-Bonus. Nein, es gibt keinen Late-Night-Bonus. Sicher? Ja. Ich habe sicher auch keinen Late-Night-Bonus. Na gut. Am tiefsten erkläre ich den Leuten immer, wie die Sache funktioniert. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt gerade einen sehr neißen Briten, der in dem Camping-Van da drüben wohnt. Warum sagst du immer Brite? Stimmt, es war eine Ehre, du hast recht, der war aus Limbic. Ja, fuck, für mich sind irgendwie alle Ehren auch gleichzeitig Briten, das muss ich noch verbessern. Und da habe ich irgendwie immer noch so... Die haben alle irgendwie denselben Akzent. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war witzig. Der Alex hat auch einfach noch mit keiner irischen Person gesprochen, wenn er immer noch denkt... Oh nein. Dein Wasser tropft. Wenn er immer noch denkt... Sag mal... Wenn er immer noch denkt... Alle Irren gleich denken. Also ich meine, er hat wirklich noch keine Person irisch sprechen hören. Sorry. Ja, gut. Ich lerne das jetzt halt irgendwie so. Auf jeden Fall. Er war super lieb. Er war wirklich super lieb. Ich hatte Spaß in der Unterhaltung, aber jetzt ist der Alex ein bisschen anstrengend, weil ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber er ist total aufgedreht. Es ist mitten in der Nacht. Wir müssen morgen um 8.30 Uhr Korn mit der Praktikantin machen. Und der Alex so... Wir gehen morgen zum Frühstück. Morgen zum Frühstück zu ihm. Oh nein, so war das nicht, Jenny. Genau so war das. Aber jetzt trinken wir erstmal hier unsere heiße Schokolade und machen unser Bett. Und dann schlafen wir irgendwie schön. Und dann wirst du es schaffen, 10 Stunden Schlaf in 8 Stunden hinzukriegen, Jenny. Da bin ich mir sicher. Du schaust jetzt schon aus wie ein Zombie. Hier finde ich glaube, es war die Ihre von nebenan und nicht ich. Guten Morgen. Neuer Tag. Neues Glück. Kamera schon wieder dreckig. Ich werde es nie lernen. Frühstück first. Limerick second. Cork third. Hotel fourth. Mit Pool. Wir haben einen Pool. Pool. Pool ist eine sehr nice Idee. Jenny wird nicht dazukommen, den Pool nutzen zu können. Du musst ja Bachelor weit schreiben. Nein, nein. Sagt es nicht so. Wir essen Frühstück. Schaut, wie schön ich das gemacht habe. Alex, schaut dir dein Frühstück an. Ah, Frühstücksgitter. Okay. Ich habe eine Jenny, die macht göttliches Frühstück. Ja, absolut richtig. Weil ich habe was Schönes gemacht. Hier gibt es nicht nur leckeres Essen, es gibt auch schönes Essen. Meine Freunde, ich hüpfe, weil wir gehen heute in ein Poolhotel. Das wird sehr schön. Alex, freust du dich auch auf das Poolhotel? Ich freue mich immer. Ich bin heute richtig irisch unterwegs. Also zur Hälfte, weil ich habe mein Kleid an. Warte. Das ist ein neues Kleid. Ich habe es bei Pennys gekauft, Überraschung. Aber ich habe eine Strumpfhose an. Also nicht irisch. Weil irische Mädchen haben keine Strumpfhose. Ach, die Sonne, die Sonne, die Sonne. Ich liebe die Sonne. Die Sonne, die Sonne. Stellen Sie, es ist geliefert worden, rechtzeitig. An unserem letzten ganzen Tag. Oh Mann, Leute, ich will nicht nach Hause fahren. Ich wohne jetzt hier. Ich wohne jetzt hier und ich wohne jetzt hier im Van. Wir gehen jetzt shoppen. Der Alex braucht eine Badehose für den Pool, weil wir gehen in ein Hotel mit Pool. Ich sehe, ich den Van liebe. Ich liebe auch. Das ist auch die zweite Badehose, die ich heute dieses Jahr kaufe. Ja, aber es ist gut, weil man braucht auch ein paar Auswahl. Ja, aktuell habe ich schon null Auswahl. Eben. So, Jenny hat was gefunden. Ich brauche das. Sie braucht es dringend. Es ist kalt in Irland und es hilft einem. Jenny hat sogar noch mehr gefunden. Er hat eine kleine Mütze. Er muss zu uns nach Hause, Alex. Das ist wichtig. Er muss zu uns nach Hause. Was meint ihr? Muss der Finger gehen nach Hause? Muss er zu uns nach Hause? Er muss zu uns nach Hause. Er muss. Jenny rettet alle armen Tiere. Du wolltest doch hierher. Ich meine, in die Männerabteilung sollten wir jetzt gehen. Das ist die Männerabteilung. Wir laufen beim schönsten Sonnenschein und der besten Wärme durch Limerick City. Alex, deine Meinung zu dieser Stadt? Eine Stadt. Das ist ja eine Stadt. Mal schauen. Der Alex hat mich erfolgreich aus den Pennys rausgedrängt, bevor ich irgendwas kaufen konnte. Ich habe schon selbst entschieden. Der hat selbst gewählt. Aber ich habe keine Selbstbeherrschung, also musste der Alex die Aufgabe übernehmen, die Sachen aus meiner Hand zu nehmen. Ich habe jetzt weder den süßesten Rentierdecke aller Zeiten, noch die süßeste Pinguindecke aller Zeiten, noch das coolste Weihnachtskissen, noch die coolste Weihnachtsdecke, noch die süßesten Klamotten überhaupt. Schande über dich, Alex. Schlimm. Es ist deine Schuld. Richtig schlimm. Es ist wirklich richtig schlimm. Es ist aber warm und es ist nice, weil ich habe ein Kleid an. Wir haben einen Honey Coriander Soup und ein Baguette. Der war voll Hühnchen. Und Baguette auch. Mit Baguette. Jetzt testet der Carrot Honey Coriander Soup. Mal schauen. Der Rotte ist auf jeden Fall vorhanden. Also den Coriander würde ich jetzt nicht draus schmecken und den Honig auch nicht, aber Carotten sind vorhanden. Das ist das Minimum und das erste Flying Colors. Fühnchen schmeckt, ne? Fühnchen. Ist es auch gewürzt? Sehr stark. Sehr gut.